Was machst du beruflich? Ich mach meinen Doktor in Mathematik. Was zum Henker hat dich dazu bewegt, das zu machen? Das war schon immer gut daran. Ah, fuck you. Und was gibt's Neues in der Welt der Mathematik? Ersetze die Addition durch Maximumsbildung und die Multiplikation durch... Ist geil, wie du wirklich uns alle verloren hast, Alter. Die waren einfach alle weg, Alter. Das Traurige ist, ich war schon weg, als du Addition gesagt hast, Alter. Cool, mit wem bist du hier? Mit meiner Freundin. Wow. Wie hoch waren die Chancen? Cool, und ja, was fasziniert dich an ihm, ist es, dass er Addition durch Maximierung versucht zu ersetzen. Oh, ja. Was machst du? Bei der Immobilienverwaltung. Hilft dir manchmal beim Rechnen. Hilft dir beim Rechnen? Ja, ja, um so eine Kalkulation zu machen, was so eine normale Mietimpressorberg jetzt kostet, da wird nämlich auch die Addition durch Maximierung ersetzt.